Beatrice Gli freut sich nächstes Weihnachten mit Florian Silbereisen zu sein. Das Herz einer Frau möchte bei den wichtigsten Anlässen immer bei der Person sein, die sie liebt. Das macht jede Frau glücklich und aufgeregt. Auch der Weihnachtstag naht. Die beiden haben immer mehr intime Momente zusammen. Dieser Tag ist ein Tag, um Gefühle zu erhegen und sich gegenseitig die süßesten Dinge an diesen Tag zu schenken. Sowohl Florian Silbereisen als auch Beatrice Gli sind verliebte Beobachter und wollen unbedingt eine schöne Liebe. Diese beiden passen großartig zusammen und werden wahrscheinlich in den kommenden Tagen zusammen sein. Beatrice Gli sie wünscht sich nur dann einen wirklich herzlichen Mann an ihrer Seite, wenn sie glücklich oder traurig ist. Auch der Weihnachtstag naht. Sie sehnt sich nach einem Mann, der an ihrer Seite bleibt und mit ihr spazieren geht. Nur so fühlte sie sich glücklicher und wärmer. Allerdings sind die Gefühle der beiden noch nicht reif. Aber ich bin mir sicher, dass sie bald ein romantisches und glückliches Ende für den Rest ihres Lebens haben werden. Das wünschen sich viele Jungen und Mädchen. Hoffentlich erfüllt Beatrice Gli ihren Wunsch. Möge sie das glücklichste Weihnachtsfest aller Zeiten haben. Weil sie vorher eine Privatperson war. Sie achtet selten auf Feiertage oder Liebestage. Aber Beatrice Gli, sie arbeitet einfach hart und tut, was sie will. Das heißt, sie konzentriert sich oft auf die Arbeit und achtet nicht auf die Liebe. Beatrice Gli sagte, Florian Silbereisen war der erste Mann in ihrem Leben, der ihr warm und glücklich gemacht hat. Sie wollte sich nicht unsicher fühlen. Daher ist sie sehr vorsichtig, einen Mann zu finden, der sie wirklich lieben kann. Finde jemanden, der dir all seine Liebe schenkt. Das machte sie so warm und glücklich zusammen. Möge Florian Silbereisen kommen und sich Beatrice Edlis Traum in dieser Weihnachtszeit erfüllen. Damit beide immer glücklich und warm zusammen sind. Beide werden zusammen sein. Es war so eine glückliche und warme Sache. Ich wünsche Ihnen ein schönes gemeinsames Weihnachtsfest und dass Sie sich beide so sehr über diese schöne Erinnerung freuen werden. Vielen Dank, dass Sie sich das ganze Video angesehen haben. Wenn Sie es interessant finden, denken Sie daran, uns zu liken, zu teilen und zu folgen, um die Speziellständige von Florian Silbereisen zu finden. Vielen Dank, dass Sie sich das ganze Video angesehen haben.